An der besten Lage in Basel, mitten an der Heuwalks, steht die Notebox. Und das schmuckende Kästchen ist nicht einfach eine Werbung oder ein Showroom. Nein, es ist ein ganz normaler Laden. Rida, ihr macht das zu zweit. Was ist das hier genau? Das ist unser Ocasio-Outlet. Wir verkaufen günstige Notebooks, von Firmen nachkaufen, aufbereiten, alle Daten löschen und komplett installieren und den günstigen Verkauf bringen. Wir haben eine Preise zwischen 500 und 800 Franken. Und im anderen Geschäft, am Klosterberg, machen wir den Service. Dort haben wir neue Geräte mit Vorortinstallation. Das heisst, der Kunde bekommt ein Training, die Installation, Drucker, E-Mail, alles was er braucht. Wenn er nicht den Rausskund bekommt, bekommt er vor Ort bei sich installiert. Das ist dann aber mehr am Klosterberg, im anderen Geschäft. Hier sind die günstigen gebrauchten. Ihr habt auch etwas, was alle anderen nicht haben, nämlich Parkplätze. Ja, das ist richtig. Wir haben hier 500 Quadratmeter Parkplatz. Ziemlich zentral, sind gerade der Eingangsstadt. Und alle unsere Kunden können den nutzen. Wenn sie zu uns kommen, können sie hier parkieren. Sei es, ob sie hierher kommen oder in andere Geschäfte, spielt keine Rolle. Das ist richtig. Die Notebox ist klein, aber fein. Man legt höchstwert auf einen exzellenten Service. Für Cityguide Karin Lanz. Das ist richtig. Das ist richtig.